Ich weiß nicht, wie manche Steine riesengroß sind und manche ganz klein. Dumm, 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 dumm. Dumm. Hast du das gehört? Sie haben den Hauptreaktor getroffen. Diesmal gibt es kein Entrinnen für die Prinzessin. Sicher die Luftschleuser ab und bereitet die Rettungskapseln vor. Das tut man nicht nur sonst noch so in dem, wenn man... Ach so. Hoffnung. Wir sind über Tatooine. Das ist bei einem alten Freund sicher. Ben Kenobi. Dann müssen wir zu den Rettungskapseln hoher. Nein, sie werden nach Lebewesen scannen. Wir müssen drüben. Und dafür versuchen den Wagen. Warum bist du im Schlafanzug? Warum bist du im Schlafanzug? Ich nehme an, du hast geschlafen, als wir geändert wurden. Na, du musst trotzdem neben dir Feuer anzünden. Wir sind reich und so. Oh, da werden sie jetzt gestartet, ne? Oh, wir laufen da jetzt erstmal. Dumm. Alles muss man selber machen. Hi, Vader. Bist du jetzt wütend auf deine Tochter? Und so weiter, ne? Oh, Chandra. Wollen wir die Verhandlungen beginnen? War das ein Witz? Der war nämlich schlecht. Lustig. Talala und so, ne? Nein. 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 Das steckt fest. Hörsthaft jetzt. Hörsthaft jetzt... Ich dachte, keiner von einer Seite geäbt. Gib mir deine Hupen. Werden. und dort gibt mir dein tage durch ein hirn weg 1 und 4 von euch zu stellen alles verkehren müssen die geheimen Dokumente über Star Wars verhinderten ich bin jetzt durch damit habe ich den Saft endgültig abgegeben nein nein wir bauen jetzt ein Lasergeschütz alles was man muss ein gutes altes Lasergeschütz in Form eines Todesstern ach du meine Güte ach du meine Güte wiiiii Hier ist nochmal der Kämpfer. Häh? Ah. Darunter damit. Gezielte Kopfsch... Komm, Troide! Oh, wir gehen jetzt. Komm, Troide! Ja! Komm, Troide! Oh, der Komm Troiden! Jetzt muss ich aber leider abstrahlen. Du bleibst da oben? Und du schiebst das in die Richtung. Zum... Oh. Weiter gehen. Weiter gehen. Jetzt kommt niemand mehr für diesen Schiffhundern. Moment. Schaut, da ist meine R2-Einheit. Sie will diese Pläne nach Tatooin bringen. Was hört? Ja, den Star Wars-Track. Nicht ab den Kontakt. Ah man, Tullus. Da hast du wohl recht. Ist aber brandgefährlich hier. Tullus. 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 Dumme, super kluge Maschinen. Es gibt Rache. Tullus. Tullus. Ah, ha. Schutungskapsel. Nein, Ruinenwaschmaschine. Stammt da. Da ist gar kein Schiff mehr. Die Pläne müssen in der Rettungskapsel sein. Schick ein Bergungskommando los. Oh Mann, sie ist wie immer noch gefoltert. Und da sind sie. Eigentlich gehen sie ja getrennte Wege. Also das war es mit Teil 1 und eine neue Hoffnung. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.